Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Walking Dead. Ja, in der letzten Folge mussten wir uns ein bisschen gegen Dave, naja, ich sag mal so, zur Wehr setzen, weil er jetzt weiß, dass Kate und wir uns lieben und er raus ist und ich bin drin und naja, und dann kam so ein bisschen, die Zombies haben das mitgekriegt, naja, ist ja auch blöd so rumzuschreien, ne? Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir das jetzt überleben hier und wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. David! Was zur Hölle macht er? Er ist wenigstens kein Arsch. David hat ihn genommen. Wir können nicht mehr warten. Wir müssen zu Richmond helfen. Ich bin auf dem Bulldozer. Aber Gabe! Gabe wollte zu gehen. Er hat er. Wir haben alle gehört. Du bist... Du bist richtig. Ich werde zu retten. Ich werde zu retten. Ich werde zu retten. Ich werde zu retten. Wir werden uns verletzen, Javi. Ich gehe nach Gabe auf dem Motorrad, wenn du nicht. Muss ich jetzt wieder entscheiden? Ach, nö, das ist doch kacke. Mit Kate. Es ist schwierig, sich in der Mitte zu verletzen. Ich weiß, das. Nichts über mich, Javi. Ich werde okay sein. Wir sind aus Zeit. Ah, Richmond. Das ist keinem Feuer, Kim aufgefallen ist, ne? Dass die da schön im Schrank stehen. Kommt die mit ihren Behen überhaupt schon an die Kopplung ran? Alter, der Schaufelbagger, ich glaube, die Dinger nennt man so, ne? Man muss so viel Power haben, da können wir auch ein paar Hundert schieben. Jesus! Ist es clever, die fahren zu lassen? Du weißt, was das letzte Mal passiert ist, wo sie gefahren ist, ne? Lass mich los! Los, 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 lass mich los! Das, äh, ja. Du sagst es. Ich bin noch nach vorne. Na Leute, man kann sagen. Ja, das war clever. Das war wirklich clever. Das war aber knapp. Na, jetzt zieh dich hoch, du bist ein großer Junge. Kraft deiner Wassersuppe. Eins. Bestimmt auch nichts mehr dazwischenkommt, ganz bestimmt nicht. Ähm, äh, 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 ich drück einfach auf. Ah, shit. Upsi, äh, äh. Ähm, grün ist auf. Ja, haha, hab ich doch gewusst. Ich, äh, hab mich nur verdrückt vorhin. Bingo. Genau, immer schon im Kreis reiten, alle platt machen. Nice. Ihr seid's. Aber für die Pferde werden's auch irgendwann zu viel, dann werden die auch scheu. Alter, na dann schaufel dich mal durch. Boah, darf ich jetzt bitte? Bam. Bam. Naja, 30 werden wir, äh, niedermähen können mit den, mit dem Magazin würde ich mal mähen. Aber das war's dann auch schon wieder. Was, Shift plus E, willst du mich verarschen? Hey. Was ist denn das jetzt für ne miese... Also. Was war denn das jetzt für ne miese Aktion? Ich wusste noch nie Shift und ey, darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet. Wie fies ist das denn? Fuck this. Tja, ich sag doch, irgendwann ist alle, ne? Ja, dann gib mir doch einfach die Waffe. Bam, 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 ich komme. Ja, genau, zuschieben, das weg. Here we go. Here we go again. Alter, das Ding wiegt doch mehrere Tonnen. Keep on rollin', baby. Hehehehe. Los, gib Gummi. Schmeiß drauf da die Karre. Los, los, los. Wir können das schaffen. Schmeiß runter. Nice. Das Ding sitzt. Jetzt müssen wir den Rest niedermähen. Guck mal, da steht wieder hin auf. Jesus, over here. Wir brauchen die Runde auf diese Walkers. Adam, nach dem Spiel. Willkommen zurück. Ich dachte, wir kommen zurück zu, äh, well, nicht zu diesem. Es ist nur ein bisschen überraschend. Das ist alles. Gleiche Scheiße, anderer Tag. Oh, das ist nur ein anderer Tuesday in Richmond. Wir müssen es unter Kontrolle. Trouble in einem Ort, meistens findet es den Weg zu dem anderen. Javi, schau. Es ist Clem. Oh, haben sie einen Unfall gehabt, oder was? Wie unerwartet. Ich weiß nicht, dass er sich nicht mehr schüttelt hat. Ich weiß nicht, dass er sich nicht mehr schüttelt hat. Was ist denn? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn ich ihn auch verloren habe. Echt, jetzt können wir nicht erstmal die Zombies platt machen? So ein bisschen. Vielleicht. Ich weiß, ähm, man könnte schon ein paar Prioritäten setzen, oder? Der wird ja nicht wegrennen, wenn er ihn platt gemacht hat, oder? Nee, das ist er nicht. Tja, da find den mal. Guck jetzt mal das Auto. Na, da ist schon mal das Auto. Ja, gut, über... Ja, da habt ihr schon ein paar mehr plattgefahren, wa? Und da irgendwann stecken bleibt er. Na? Oh mein Gott. Schade David. Schade Gabe. Ich kann es nicht vorstellen. Ja. Schade Gabe. Er sollte das nicht aufzuhalten. Ja. Er spricht über das jeden Tag. Was machen, wenn er sterben hat. Er war überzeugt, dass es passieren würde in der Flüge passieren. Every day. Wie normalerweise zu sprechen über das Wetter. Nichts Überraschung. Er war ein Soldat. Ich habe immer zu sprechen über ihn. Aber es scheint ihn zu entschuldigen. Bricht man da nicht nur eine ab? Normalerweise, oder reißt eine ab? Wir sollten wahrscheinlich etwas sagen. Das ist was du, meistens. Wenn du siehst, Pa, sagst du ihm, ich sagst, Und dann bin ich entschuldig, dass ich das 10 Dollar nicht bezahlen habe. Hast du... willst du etwas sagen? Ach Mensch, das ist so kacke. Wenn das der eigene Sohn seinen Vater töten musste, ey. Das erinnert mich gerade an das 400-Tage-Spezial hier, wa? Äh, Spezial. Special. Ach, das waren noch Zeiten, wa? Schön grillen. Jetzt will ich grillen, ich will ein Steak. Ja. 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 Und wir wollen. Es wird immer irgendeine Herde geben. Ich fühle mich mehr ruhig hier, als ich in einem alten Van auf Straßen mit keinem Strecke. Wir sind in diesem, Javi. Wir haben uns ruhig ruhig und ruhig fühlt. Lass uns eine Familie beginnen. Du und ich. Ein freshes Start. Meinst du mit Baby und so? Lass es uns tun. Lass uns eine Familie beginnen. Ein Baby? Scheint er nicht gemeint zu haben. Naja, die Kinder können schon mal wieder spielen. Das ist ja schon mal was Gutes, wa? Danke, Jesus. Ich mag dich, Jesus. Ich mag dich, Mann. Du bist ein verdammt Schmerz. Du bist ein echtes Charmer. Du wirst das? Durch und durch. Ich wollte dir sagen, dass das Armour, du hast, ist großartig. Oh. Oh. Hm. Well, um, danke. Ich glaube, es ist die Arbeit. Ich habe mich nicht mehr als du, Javi. Es war wirklich gut. Es war mein Glück. Es sind zwei Schmerzen, die heute sind. Das ist das, was dieses Ort kann sein, wenn du es lässt. Ich glaube, das Leben in den Städten ist ein helles bisschen anders als das Leben auf der Straße. Es ist nicht die Schmerzen, wie Joan. Du musst das richtig machen. Immer. Good days, und besonders bad. Das werde ich tun. Ach, ich werde mich schon kümmern. Na ja, mal gucken. Ja, da hat er recht. Und das ist leider das Problem. Okay. Denkst du hast was geschafft, dann kommt die nächste Scheiße. Ja, sehr gut, dass wir eben nicht beim Selbstmord geholfen haben. Kannst du nur noch zeigen, wo die ist? Also ich wüs nicht, wo die ist. Bassen. Haare schneiden, haha, ja. Mach nicht ganz so kurz, Mann. Weiß, ich will kurz haben, aber... Ah, der war noch so klein. Ich wünschte, ich kann. Du liebst ihn? Mit all of my heart. Und natürlich warst du. Ich will. Gabe sagst, du warst, wie du spielst. Ich habe. Ich habe es gelesen. Er sagte, du hat es alles gut gemacht, auch. Ja. Ich habe es natürlich gelesen. Well, you survived. I had to. But you loved it. How do you survive that? How? If you really loved it, how? I'd really like to tell you that it fades away and you just get over it. But when you really love it, you never do. Not really. Yeah. That sounds about right. All done. Well, how does it look? Can, 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 can man so lassen. You know what? I'll grab your hat. Hahaha. Hahaha. I remember this team. Your dad ever teach you about baseball? No, not really. When you come back, I'll tell you all about it. It's a deal. It's a deal. It's a deal. I think I'll bring AJ back with me. Will you teach him too? Bring him back. Lass ihn in Ruhe. Ahhhh. Ach, bring ihn zurück. You bet. He belongs with you, Clementine. Bring him back. Egal, was ich gesagt hätte, die wär doch eh gegangen. AJ holen, oder? Ja doch, die Frisur steht hier. Kannste tragen. Winkel, winkel. Mein Gott, die werden so schnell gewachsen. Ach Mensch. Folge 5. Wir sind dem Galgen entkommen. Dein Ergebnis mit Dave war mitfühlend. Du hast Daves Hilfe angenommen, nachdem er dich in der Nacht, in der dein Vater starb, geschlagen hat. Du hast versucht, Richmond ohne David zu verlassen. Du standest David zur Seite, als er Hilfe brauchte. Gabe musste seinen eigenen Vater eine Machete ins Gehirn jagen, nachdem David sich verwandelte. Ah, das ist echt hart, ja. Deine Ergebnisse mit Kate war liebevoll, aber sowas von. Du hast Kate auf dem Schrottplatz geküsst. Du unterstütztest Kate's Plan, aus Richmond zu fliehen. Du erzähltest Kate, dass du eine Zukunft mit ihr willst. Du erzählst Kate, du wolltest eine Familie mit ihr gründen. Na, das war schon echt liebevoll von mir. Und voll toll. Dein Ergebnis mit Gabe war fürsorglich. Du machtest Gabe glücklich, indem du zustimmtest, eine Nacht im Trailer zu verbringen. Du erzähltest Gabe die Wahrheit über seinen Freund aus der Nachbarschaft. Ja, warum soll er... Das war, glaube ich, der, der gestorben ist, ne? Du halfst Kate, Richmond zu retten, bevor du Gabe nachgingst. Echt denn, äh? Hätten wir Ava wahrscheinlich gesagt, die soll sterben, hätte er überlebt und sie wär gestorben, oder? Kann das sein? Deine Geschichte, Trip. Du hast Trip beruhigt und versprochen, dass du in Prescott keine Probleme machen würdest. Äh, dann fuhrst du mit Trip zum Schrottplatz. Schließlich gewertest du Trip das Leben. Aber, äh, Joanne erschoss ihn, um dir eine Lektion zu erteilen. Ja, die blöde, alte, ey. Eleanor. Du hast Eleanor in Prescott gelassen, als du zum Schrottplatz gegangen bist. Eleanor hat deinen Plan zur Revolte gegen, äh, Joanne verraten. Du hättest sterben sollen. Aber du vergabst Eleanor, dass sie dich bei Joanne verraten hat. Ja, na, wir sind halt ein Gutmensch, ne? Jeder hat eine zweite Chance verdient. Ava, ja, die ist gestorben. Clementine lehnte Avas Angebot ab, die neue Grenze zu treffen. Äh, dann überzeugtest du Ava, euch zu helfen, nachdem sie dich, äh, und Gabe erwischt hatte, als ihr Waffen stehlen. Ja, wir wollten die Waffen wirklich stehlen. Ja, das kann schon sein. Obwohl du sie nicht als diejenige gewählt hattest, äh, die leben sollte, starb Ava letztendlich, als sie dir... Siehste, das war auch noch so ein Ding. Stell dir mal vor, wir hätten Ava ausgewählt, er hätte Tripp überlebt und Tripp wäre da abgestürzt beim, beim, ähm, na, beim Hubschrauber da, wo wir dann da lang geklettert sind, wo Ava von dem Zombie runtergerissen wurde. Ähm, Lingert, der Doktor Clementine geriegte Lingerts medizinischen Rat hinsichtlich AJ. Dann, äh, weigerst du dich, Lingert, eine tödliche Spritze zu geben, nachdem Chaos erzählt dir Lingert, wo AJ sich befindet. Naja, klar. Conrad, ach ja, stimmt. Du hast nicht an Conrids Pokerspiel teilgenommen. Als Gabe Conrad dann bedrohte, überzeugtest du deine Neffen, seine Waffe zu senken. Später hast du Conrad im Tunnel erschossen, nachdem es Gapes Leben bedroht hatte. Naja, klar. Blöd, aber hey. Jesus, unser Freund. Als du ihn trafst, vertrautest du Jesus und fesselst seine Hände nicht. Dann versprachst du Jesus immer das Richtige zu tun, um Richmond über Leben zu sichern. Schließlich versprachst du Jesus, du würdest dabei helfen, Richmond zu führen. Äh, Lind? Lind? Was, wie, wo war's, was, was? Joan. Äh, du sagst es, Joan, dass die neue Grenze am Myrons Tod schuld ist. Äh, dann brachtest du Max mit, um Joanne vor dem Richmond-Rat loszustellen. Letztendlich hast du Joanne erschossen, aber sowas von in die Fresse. Klint, äh, warf dich aus Richmond raus, weil du Benzin gestohlen hattest. Dann lehntest du Klints Angebot, Richmond feindlich, äh, friedlich zu verlassen ab. Zurzeit ist Klint Standort unbekannt. Ja stimmt, wo ist denn der eigentlich? Bist du mit David an der Kante gestanden? Bist du mit David an der Kante gestanden? Hört sich komisch an, aber ihr wisst, was er mit 92% der Spieler und ich standen mit ihm auf der Kante. 8% taten das nicht. Was hast du zu David über Kante gesagt? Du und 53,6% der Spieler gestanden? Eure Liebe. Oh, da gibt es noch so viele andere. Die Spieler gestanden die Affäre mit Kate. Okay, 15,9% der Spieler leugneten die Affäre mit Kate, aber David glaubte dir nichts. 2,2% der Spieler sagt nichts. Okay. Hast du mit David gekämpft? Du und 63,5% der Spieler wehrten sich nicht, als David seine Wut an uns aussließt. Ja, das stimmt. Bist du Gabe und David nachgegangen oder bei Kate geblieben? Ne, natürlich. Die 64,1% der anderen Spieler sind auch bei Kate geblieben. Ist Clementine mit dir mitgekommen? Du und 53,3% der Spieler waren nicht bei Clementine, als ihre Hilfe brauchst. Oh. 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 Clem, aber ich mag dich mit am meisten. Du bist, ja, du bist die Tollste. Oh. Deine Clementine wurde eine neugeborene Seele. Clem und AJ dachten, endlich in Hohens Baumarkt ein Zuhause gefunden zu haben. Aber als die quälte Jane einen schweren... Achso, das war da, wo sie sich umgebracht hat. Genau. Nachdem der Umstände beitrittte die Grenze. Genau. Okay. Als Javis Wasseratombekämpfter erinnerte sie sich, Clem, an den ähnlichen Kampf vor langer Zeit an einem schneebedeckten Rastplatz. Mit einem gezielten Schuss hielt sie den gewalttätigen Dave auf, ohne ihn zu töten. Nachdem David... Ja, genau. Das war das, was sie im Endeffekt jetzt getan haben. Weiter. Klemmetarm hat schon ordentlichen Killskill, wa? Und schweben können sie jetzt auch schon über dem Boden. Ich werde dich finden, AJ. Aber sowas von auf jeden. Clementimes Geschichte wird weitergehen. Und ihr werdet mit dabei sein. Und zwar in der nächsten Folge von The Walking Dead. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn ihr es nicht schon getan habt. Da verpasst ihr keine zukünftigen Folgen mehr. Und ihr unterstützt natürlich mich und meinen Kanal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.